Schick mal, da ist sie. Hotte. Der erste Rest gehabt, so zwei, drei Kilo mehr. Was ist da, Kiete? Neulich Susi, die Freundin meines besten Freundes Hotte, die kam zu ihm und sagt, ich gehe heute zum Fitness, mache Bauch, Beine, Po. Guckt er sie an und sagt, davon hast du noch, mach mal lieber Titten. Hey, Bauch, Beine, Po, davon hast du noch genug, mach mal lieber Titten. Sag mal, was ist denn, wenn Susi dann erfährt, bist du bescheuert? Dann macht sie sich ein paar Titten, das ist doch gut. Ja, hallo, wie geht's uns denn? Ja, plötzlich war mir, mir geht's gut, wie es Ihnen geht, weiß ich nicht. Ich würde nie Menschen verletzen. Sind Sie ein Hotte-Köhler? Ich bin alles, was ich wollte. Ich bin Kunde. Ich habe wirklich keine Zeit. Was ist denn jetzt? Was ist denn für ein Tarif? Ich habe doch keinen Tarif bei Ihnen. Ich bin Kunde. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie sind Kunde. Ja. Sie sind Kunde. Ja. Kennen Sie den? Ja, weiß ich noch nicht. Kostet Geld? Die Zigaretten, die machen da Giftstoffe rein und zack. Die ist auch nur ein Barsch. Ja, und der Mossad, der kennt ja die zu sein. Die, die kappt die Negative. Das ist das Hansel. Ey, du bist ja voll besoffen, Alter. Das ich will den Ficken auch nicht fragen, wa? Das ist das Hansel. Untertitelung des ZDF, 2020